Damit herzlich willkommen zurück zu... Let's play Sailor Moon, another story. Wow, das ist der höchste Berg Europas. Er ist so riesig und ich kenne nicht mal seinen Namen. Sollessides Stein des Lichts muss sich irgendwo unter diesem ganzen Schnee befinden. Kapitel 2, die Suche nach den Steinen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier schon mal ein Video gestartet hat. Oh nein! Dämon, aber wie... Wie soll ich denn gegen so viele Gegner ankommen? Das schaffe ich nicht alleine. Genau, spring runter. Da unten ist es eh viel kuscheliger. Kack, 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 kack. Kack, 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 kack. Das muss weh getan haben. Hä? Was macht denn dieses Mädchen hier? Und warum ist sie so leicht bekleidet? Oh nein, sie ist verletzt. Sie braucht dringend medizinische Versorgung. Wo bin ich? Du warst ohnmächtig. Du bist hier runtergestürzt. Bis unter den Gletscher. Wer bist du? Ich heiße Hans. Und wie heißt du? Generisch an deutscher Name. Bitte hier einfügen. Äh, Hans. Mein Name ist Misuno, äh, Sailor Merkur. Danke für deine Hilfe. Wo bin ich? Ähm, im Kainis-Dorf. Es befindet sich unterhalb des Gletschers. Unterhalb des Gletschers? Ja, bereits seit 200 Jahren befindet sich dieses Dorf hier. Du bist seit Jahren die erste Person, die hier aufgetaucht ist. Bitte ruhe dich noch etwas aus. Wirklich? Aber ich habe dir schon genug Umstände bereitet. Ich sollte dich wirklich nicht länger belästigen. Okay. Können wir ihn plundern? Ne. Schade. Aber, ich weiß, was wir machen können. Um uns das Ganze ein bisschen einfacher... Äh... Casual-Klamotten unter den Alpen. Ja, machst du das nicht? Da ist nämlich der Grund, warum ich nämlich die ganzen Sachen... Kleinen Moment. Das Ding gibt 8 Verteidigungen. Das Ding gibt 5 Verteidigungen. Dann nehmen wir das Diadem. Lieber 2 Diademe. Und... Wir haben auch ganz schön viel Kohle. Oh. Nanu, was ist denn hier los? Geht es dir gut? Bitte sei nicht mehr so leichtsinnig. Geht es dir gut? Bitte sei nicht mehr so leichtsinnig. Okay. Der Text von dem Typen ist anscheinend ziemlich eintönig. Gucken wir uns hier nochmal um. Haben wir eine Kiste? Keine Kisten. Laufen wir durch die Gegend. Hier ist auch nichts weiter. Dann laufen wir wieder zurück. So. Wo sind wir denn hier? Brrrr. Huh. So sieht es, Stein der Dunkelheit schimmert. Also muss der Stein des Lichts ganz in der Nähe sein. Oh. Evil Genius. Haha. Stimmt. So sieht es, Hülle muss ganz in der Nähe dieses Dorfes sein. Aber... Gut. Gucken wir uns hier erstmal an, was wir hier kaufen können. Hallo. Willkommen. Kaufen. Verkaufen. Beenden. Ich möchte gerne kaufen. Was möchte ich denn kaufen? Das kostet ganz schön viel. Können wir hier irgendwas leckeres kaufen? Sushi. Ähm. Kleinen Moment. Wir sollten vielleicht mal gucken, was überhaupt diese Items bringen. Sushi bringen 30 Lebenspunkte. Sushi Box bringen 300. Wie viele Lebenspunkte hat sie denn? 86. Ja gut. Dann gibt es erstmal nur Sushi zu essen. Ist zwar nicht so, dass man da auch wohl sehr schnell Nierenversagen für bekommt. Aber egal. Obwohl. Ne. Hey. Hey. Schokolade. Pumpen wir uns mit Schokolade voll. Wie viel können wir nehmen? 2000. Nehmen wir... Ähm. Nehmen wir 20 mit? Ja komm. Nehmen wir erstmal 20 mit. Und dann sind wir hier zumindest schon mal ein bisschen besser ausgestattet. Können wir mal gucken. Ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Was haben wir denn hier? Eine Tafel... Moment. Ah. Mein Bruder nimmt mich nie mit. Okay. Meine kleinen Bruder sind... Äh. Meine kleinen Bruder sind nervig und lernen nie etwas dazu. Ja. So sind kleine Brüder. Warte mal ab, bis der erstmal von Dämonen gejagt wird oder so. Dann sind sie ganz handsam. Mein Bruder redet... Ähm. Redet jetzt so. Aber bevor unsere Schwester fortging... Warst er genauso wie wir. Und er warst gewesen worden, Thun. Hallo. Du bist der Gast von Hans, nicht wahr? Hans ist so ein guter Sohn. Und er ist so freundlich. Ich will auch einen Sohn wie ihn. Okay. Ähm. By the way. Warum kann... Warum kann Amy eigentlich Deutsch? Weißt du nicht weiter? Stimmt. Amy... Sorry. Amy kann Deutsch. Oh, was? Das wird ja richtig krass. Miese Background-Stories, die man hier bekommt. Amy wollte auch in Deutschland Ärztin werden. Könnte man das im Stream hören? Weißt du nicht weiter? Ja, ich weiß weiter. Warst du schon im Haus von Hans? Ja. Hast du Dr. Schwarz schon getroffen? Nein. Dr. Schwarz bereitet in der Höhle immer Medizin zu. Du kannst also dort finden. Okay. Weiß ich Bescheid. Dr. Schwarz. Was? Gehst du immer in fremde Häuser rein? Wie es dir gerade passt? Ja. Ich suche nämlich Kisten. Hast du eine Kiste versteckt? Die ich looten kann? Loot, 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 loot. Kein Loot. Wer bist du? Woher kommst du? Nyongode. Wenn du von diesem Dorf aus nach Osten gehst, findest du das Dorf Anding. Okay. Und das Dorf soll mir was sein? Wie groß ist denn dieses Dorf? Wie kann es sein, dass die ganzen Dörfer unter einem Gletscher aufgebaut sind? Ah, was haben wir denn hier? Hallo. Das kostet 500 Yen, hier eine Nacht zu verbringen. Möchtest du bleiben? Nee, sorry. Ich hab nur D-Mark dabei. Deswegen muss ich D-Mark sagen. Sagen wir das von der Zeit her halt eben passt. Okay. Hier ist nichts weiter. Scheinbar. Dann, ähm. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier neue Gegenstände oder sowas bekommen. Meine Güte, ist das Dorf riesig. Wo kommen all die Menschen her? Alles, was mein Kind möchte, ist spielen. Ich finde, es sollte nicht, ähm, sich nicht... Ja, aber ich finde, es sollte sich mehr ein Beispiel an Hans nehmen. Genau. Hans macht nämlich alles in diesem Dorf. Alles. Absolut. Alles. Hey, du kommst von außerhalb des Dorfes. Ich würde zu gerne mal sehen, was dort draußen ist. Ähm. Habt ihr hier Elektrizität? Elektrizität? Ist das die Vorstellung von Deutschland? Ein Dorf ohne Elektrizität? In der Höhle im Norden gibt es viele Schätze. Du solltest sie irgendwann mal aufsuchen. Ja, ich guck jetzt erstmal, wo ich hier überhaupt rauskomme. Irgendwo muss ich hier doch... Aha. Merkur! Du kannst nicht gehen. Die Gegner außerhalb des Dorfes sind voller Monster. Äh, die Gegend außerhalb des Dorfes sind voller Monster. Aber ich bin... Es ist hoffnungslos. Genau. Was? Aber warum? Du könntest nicht gehen. Die Gegend außerhalb des Dorfes ist voller Monster. Das hatten wir schon. Danke. Aber... Wenn ich da nicht hingehen kann... Wo kann ich denn dann hin? Kann ich da lang? Da ist kein Dorf. Und da war auch keine Höhle. Irgendwo soll doch eine Höhle sein. Wo ist denn dieser Doktor? Willst du einen Doktor treffen? Ist der mit einer blauen Box verschwunden oder so? Ne, hier war ich schon. Achso, ne. Hier war ich auch schon. Das müsste das Haus von Hans sein. Na gut. Also, kleiner Tipp. Geh lieber weg. Das ist ansteckend. Mutter, geht es dir gut? Bitte ruhe dich noch... Äh, Mutter, geht es dir gut? Bitte ruhe dich noch etwas aus. Danke, die Hans. Du kümmerst dich immer um mich. Verdammt, es geht ihr von Tag zu Tag schlechter. Mutter. Komm mal zu dir. Mutters Zustand ist nicht gerade gut. Jemand muss nach Anden gehen. Ich brauche jemanden, der den Doktor holt. Für Mutter. Och. Mutter, haltet euch. Warte. Ich frage mich. Sie hat sehr hohes Fieber. Dieses Fiebermittel sollte helfen, dass ich hier zufällig dahin zauber. Ah, das hätten wir. Hier, trinken Sie das. Danach geht es Ihnen besser. Warte. Was ist das für eine Medizin? Oh, es ist nur ein Fiebermittel. Nein! Alchemie! Hexe! Verbrennt sie! Was? Wieso? Wir brauchen Dr. Schwarz. Nur seine Medizin kann helfen. Er muss ein spezielles Mittel herstellen. Das ist die einzige Lösung. Aber dieses Mittel stammt von Dr. Schwarz. Ich habe es in der Stadt gekauft. Es sollte helfen. Es ist Hoffnung für uns. Wir haben es bereits versucht. Ich verstehe. Vergib mir. Ich sollte dir für deine Hilfsbereitschaft irgendwie danken. Aber ich glaube nur an Globuli. Nun, könntest du mir dann sagen, wo das Dorf Anden ist? Anden befindet sich östlich von hier. Wirst du Dr. Schwarz holen? Ja, ich stehe in deiner Schuld. Sei vorsichtig. Außerhalb des Dorfes wimmelt es von Monstern. Es ist gefährlich. Ich passe auf mich auf. Vertrau mir. Ich brauche dich. Sei vorsichtig. Äh, ich bitte dich. Sei vorsichtig. Ja, erst aufhalten wollen. Und dann so. Achso, du willst die Medizin holen? Ja, komm, dann geh sterben. So war das doch gerade. So, was für Attacken sollte man eigentlich nicht machen, wenn man gerade irgendwo im Eis unterwegs ist? Wie wäre es mit Seifenblasen? Seifenblasen oder Wasserstrahl? Kraft des Wassers? Hm. Nein, wir probieren es einfach. Mal gucken, was passiert. Haha, daneben. Smack. Wir probieren es einfach weiter. Mal gucken, was passiert. Oh. Also die Verteidigung ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Hehe. Wir spielen mit der Wasserpfütze. So, wir wollen mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ohne zu sterben. Und nicht nur ohne zu sterben, sondern wir wollen auch mal gucken, wie weit wir kommen. Ohne. Oh, guck mal. Der eine Gegner hat einen lustigen Smiley an seiner Hüfte. Das ist doch voll cute. Ich weiß nicht, ob das der ist. Wow, wait, what? Nur zwei Schadenspunkte? Jetzt übertreibt es hier aber. Dafür gibt es... Oh, das geht schon wieder los. Okay, ich kümmere mich erstmal um den Kleinen da unten. Und dann schaue ich mal... Und dann schaue ich mal... ...dass ich... ...ja... ...die ganze Zeit auf ihn einprübel. Drei... ...zwei... ...zwei... ...ich hätte mal mitzählen sollen, wie viele Lebenspunkte der hat. Das hilft nämlich tatsächlich ganz gut, wenn man sich das merkt. Ich hoffe, der gibt zumindest ausreichende Erfahrungspunkte. Das ist schon wieder so ein... Ja, okay. Wir können... Oh, kritischer Treffen mit 10. Aber er gibt 17 Erfahrungenspunkte. Das ist schon mal ganz okay. Lebenswasser hinzugefügt. Merkur steigt im Level. Das ist auch gut. Das heißt, wieder volle Lebenspunkte. So. Komm ich... Ich versuche es mal mit Osten. Ist das das Dorf? Ist das Dorf! Ich habe das Dorf gefunden. Ist ja wunderbar. Können wir gleich weitermachen. Das ist das Dorf Anding. Das... ...dachte ich mir bei der Auswahl von... ...zwei Dörfern irgendwie. Hey! Du bist hierher gekommen, um Medizin zu holen, nicht wahr? Die Medizin vom Doktor ist wirklich toll. Ja! Sie schmeckt süß! Kommst du aus dem Keiners Dorf? Du musst ziemlich stark sein. Da draußen sind so viele Monster. Ja! Ich habe sie nass gespritzt. So. Gucken wir mal weiter. Doktor Schwarz ist ein guter Arzt. Er hat eine ruhige Hand. Ich will so wie er werden, aber sein Charakter... Okay. Aber hier gibt es neue Gegenstände vielleicht. Da wollen wir nochmal gucken. Willkommen! Ähm... Was haben wir denn? Ach nö. Ach doch! Da unten. Halskette. Halskette. Diadem. Hat er noch mehr? Ist das alles? Ist das tatsächlich alles? Schade. Hier gibt es aber Sushi. Und Schokolade. Hm. Viel vom Gletscher. Heilt 4 EP. Ist das... Auch gar nicht mal so unpraktisch. EP. So. Gleich mal 10 Stück eingesammelt. Für den Fall, dass wir es nochmal brauchen könnten. So. Wir haben nicht oft Gäste hier im Dorf. Ja. Ich frage mich auch, wie ihr euch am Leben haltet. Und ich sehe keinerlei, ähm... Keinerlei... Wie heißt das Zeugs? Äh... Ackerbau oder sonst irgendwas. Viehbetrieb. Nuckelt ihr Gletscher? Oder so? Reicht... Reicht euch das? Indem ihr einfach Gletscher nuckelt? Ja? Nicht sicher. Möchte ich speichern? Ja. Irgendwie möchte ich speichern. Soll sich ja auch lohnen, hier durch die Gegend zu laufen. So. Ähm... Oh, Sackgasse. Sehr gut. Äh. Einmal um die Häuser rum. Und dann... Lass mich raten. Das Haus vom Doktor ist das am weitesten entfernt. Ich möchte auch gerne Medizin herstellen können. Ähm... Ja. Okay. Wer bist du? Was machst du hier in meinem Haus? Du bist seltsam. Du siehst so anders aus. Sehen alle in deinem Dorf so aus wie du? Ja. Wir tragen alle Miniröcke... Im Winter. Das ist bei uns so... Das ist so ein Ding halt, ne? Oh. Was haben wir denn hier? Hatschi! Acht. Okay. Ich denke, dieses Kind sollte den Doktor im Norden aufsuchen. Er ist im Moment nicht da. Hm. Aber komme ich hier durch? Ja. Ich kann durch verschlossene Türen gehen. Der Doktor ist gerade nicht da. Okay. Hab's verstanden. Der Doktor ist gerade nicht da. Noch zwei, drei Leute mehr, die mir das sagen wollen? Hm. Ja, vorhin wurde das fünfmal gesagt. Was muss ich machen? Ach ja, die Steine suchen. So. Ähm. Okay. Wenn der Doktor im Norden ist, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auch mal in den Norden. In eine Höhle im Norden. In eine Höhle, die wir nicht kennen, in den Gegner sind, die wir nicht besiegen können. Vermutlich. Weil irgendwie sind die Gegner hier entweder übertrieben stark oder unterirdisch schwach. Make up. So, ich bin mal gespannt. Was können die Seifenblasen denn jetzt ausrichten? Oder kleine Wasserwelle, besser gesagt. Wie viel Schaden macht es denn jetzt? Wasserstrahl. Smash. 20. Ist das jetzt mehr geworden? Bin mir gar nicht sicher. Smash. So, neun Erfahrungspunkte ist... Warte mal. Der gibt neun Erfahrungspunkte. Das heißt, der andere, der mehr Lebenspunkte hat als dieser hier und mehr Schaden macht, gibt nur acht. Sag mal, was ist mit den Leuten eigentlich falsch gelaufen, die dieses Spiel programmiert haben? Also, ist es nicht normalerweise so, dass die, die stärker sind, auch mehr Erfahrungspunkte geben? Ne, das... Die EP ändern sich eigentlich nicht. Deswegen wundert mich das hier gerade ein bisschen. So, nach Norden. Irgendwo im Norden gibt es eine Höhle. Aha, da ist eine Höhle. Und, so. So, da ist wieder der Gegner. Ich mach die Wasserwelle erstmal auf einen einzelnen. Oh, sehr schön. Beide haben mich verfehlt. Nein! Ah. Warum... Auch immer der jetzt den oberen angreift. Wie viel Schaden mach ich jetzt bei dem? 10. Hey. Na, wenigstens schon mal fünfmal mehr als vorher. So, der untere ist jetzt zumindest schon mal weg. Deshalb wird zumindest den Schaden. So, ich bekomme jetzt nämlich, aufgepasst, 17 Erfahrungspunkte. Aus den Kämpfen. Vier. 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 Fünf! Oh, fünf! Seht ihr? Siebzehn Erfahrungspunkte. Das ist echt ein bisschen wenig. Oh nein. Ich krieg Panik vor dieser Höhle. Aber nein. Wir sind noch nicht so... Oh, krass. Jetzt wird's hier richtig übertrieben. Jetzt kommen die sogar noch mit mehreren. Riesige Wasserwelle auf mehrere Gegner. Das ist gut. Das machen wir. Schallwelle. Mal gucken, was passiert daneben. Vier. Eins. Kraft des Wassers. Smack! Das ist doch wohl übertrieben. Acht Schadenspunkte? The fuck? Was tut ihr hier? Oh, zumindest haben wir schon mal ein weniger. Das ist gut. Schallwelle. Daneben. Schlag mit fünf. Das ist okay. Ah. Schön mit der Schallwelle immer daneben schlagen. Das wäre super. Und macht ihr nämlich keinen Schaden. Das ist nämlich gut. Ha. Das ist echt. Passt auf. Jetzt gibt es irgendwie nur, was weiß ich, 15 Erfahrungspunkte oder so. So richtig lächerlich. Okay. Nächster Gegner besiegt. Was wäre jetzt so lustig, wenn jetzt wieder diese Nachricht kommen würde. Zu wenig EP. Aber ne. Die scheinen gut ausgestattet zu sein mit EP. Wie viel Erfahrung kommt? 48. 48. Ernsthaft. 48. 48. Also ich weiß, wo ich... Ich weiß zumindest, wo ich mich jetzt demnächst auflevel. Also wenn es hier 48 dafür gibt und wir jetzt irgendwie so einen miesen exponentiellen Anstieg unserer Schlagkraft haben. Nur weil wir hier eben kurz Sachen tun. Ich bin mal gespannt. Passt auf. Wir hatten das letzte Mal bei denen wieder kaum Schaden gemacht. Kraft des Wassers. Smack. 15, 17. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob ich hier jetzt 30, ähm... Na, 30 Erfahrungspunkte. Ne, warte, kleinen Moment. Das kriegen wir raus. 47. Der eine gibt nämlich nur 8. Das heißt, ich müsste von denen jetzt, rein logisch gesehen, ähm... Müsste ich jetzt 39 Erfahrungspunkte bekommen. Wenn ich die beiden besiegt habe. Ne, die Erfahrungspunkte sind fest. Normalerweise ist es bei RPGs so, dass man ein gewisses Setting aufbaut. 40 Erfahrungspunkte. Ähm... Ein gewisses Setting aufbaut. Und das wiederholt sich. Man gibt immer... Man weist einem Gegner eine gewisse Erfahrungspunkte zu. Und je nachdem, in welcher Kombination die kommen, bekommst du dann halt eben die Erfahrungspunkte hinzu... Also aufeinander addiert. Geil, noch ein Level up. Sweet. Okay, das Leveln geht hier echt rapide. Kein Wunder, bei 40 Erfahrungspunkten. Bei den Gegnern. Oh, das ist neu. Aber neu ist gut. Mal gucken, wie viele... Was der mir liefert. Okay, der ist auch schon... Mies am kaputt sein. Naja, der dürfte eigentlich nicht mehr viel aushalten eigentlich. Sag ich doch. 18 Erfahrungspunkte für einen einzigen Gegner. Respekt. So, irgendwo hier muss noch... Irgendwo hier in dieser Höhle muss der Doktor sein. So. Und ja, ich glaube, von denen werden wir nicht mehr viel erwarten, außer viele Erfahrungspunkte. Schön wär's gewesen. Dieser Typ mit so einem Smiley am... Nein, dieser Gegner mit dem Smiley an der Hüfte. Der ist auch echt der Meinung, immer viel aushalten zu müssen. Wie viel kriegen denn die Punch drin? Zehn. Zehn. Hey. Wieder ein Level ab. Ich sag ja, hier zu leveln... Ich glaube, ich werde noch eine ganze, ganz lange Zeit hier in diesem Gebiet rumgeißen. Nein. Nein. Ja, ich werde eine ganze Zeit in diesem Gebiet rumlaufen. Ich werde eine ganze Zeit in diesem Gebiet rumlaufen. Schatz. Guck mal. Guck mal. Ich weiß, was da unten passiert. Da unten ist der... Ist der Gegner. Der Gegner. Dieser Gegner. Der, an dem ich... Gegen den ich 20 Minuten gekämpft habe. Erfolgreich. Aber 20 Minuten. Ich muss hier definitiv leveln. Das heißt, ich werde hier zumindest für die Leute bei YouTube einen Cut machen. Für die Leute bei Twitch geht es weiter. Denn ich habe nämlich den Turbo-Mode auf eine Taste gelegt. Das heißt also, wir werden hier einfach akkurat erstmal noch ein paar Level machen, bevor wir gegen den Gegner antreten. Und das machen wir nicht, indem wir mühselig die ganze Zeit durch die Gegend laufen, sondern das machen wir, indem wir den einfachen Weg gehen und die wunderschönen Features des SNES-Emulators verwenden. Also bis gleich bald demnächst, ihr wundervollen YouTube-Leute.